Das ist Tim. Tim arbeitet bei der Firma Glück auf. Die Firma Glück auf ist ein international agierendes Unternehmen mit Produktionsstandort in Deutschland. Durch die Globalisierung steht das Unternehmen weltweit im Wettbewerb mit anderen Firmen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wurden viele Entscheidungen und Maßnahmen getroffen, die die Unternehmensprozesse in den letzten Jahren komplett verändert haben. Viele Unternehmensbereiche wurden nach außen verlagert und werden zentral an anderen Firmenstandorten verwaltet. Dies macht sich auch am Arbeitsplatz von Tim bemerkbar. Tim ist für die technische Projektabwicklung in seinem Unternehmen tätig. Um seine Projekte erfolgreich umzusetzen, ist er auf die Ergebnisse seiner Kollegen aus der Konstruktion und des Einkaufs angewiesen. In letzter Zeit gab es diesbezüglich immer wieder Probleme bei der Umsetzung seiner Projekte. Und Tim ist frustriert und verzweifelt. Muss er aber nicht. Denn dafür gibt es MWM, ihr mitdenkender Fertigungspartner. Nachdem Tim uns kontaktiert hat, haben wir die Zeichnungen aus fertigungstechnischer Sicht betrachtet und mit ihm alle wichtigen Details besprochen. Dadurch konnten Vereinfachungen bei der Herstellung der Teile sowie eine höhere Montagefreundlichkeit erzielt werden. Da die Fertigung, Beschaffung und Montage nun in unserer Hand liegen, konnte Tim viele seiner früheren Probleme an uns abgeben. Im Gegensatz zu vielen Anbietern auf dem Markt, fertigen wir nicht blind nach Vorgabe, sondern beschäftigen uns mit den zu fertigenden Komponenten. Wir sind Fertigungspartner, Problemlöser und Risikoübernehmer. Wir fertigen und montieren nicht nur ihre Komponenten, sondern liefen ihnen das Ergebnis, welches sie benötigen. Tim ist erleichtert. Seine Vorgesetzten sind zufrieden und die Kunden begeistert. Und wir bei MWM sind glücklich. MWM, Ihr mitdenkender Fertigungspartner.